Meine Damen und Herren, und damit komme ich jetzt zur zweiten Weltpremiere. Hier kommt der neue BMW M5. Sie sehen eine voll alltagstaugliche Limousine mit Sportwagenqualitäten. Neue M5 ist die fünfte Generation dieser Hochleistungslimousine. Und natürlich Efficient Dynamics Maßnahmen kommen auch hier zum Einsatz. Er verfügt über 560 PS, 10% mehr als der Vorgänger. Er bietet 680 Nm, 30% mehr als der Vorgänger. Gleichzeitig aber haben wir die Emissionen um mehr als 30% reduziert. BMW M5 steht für eine eigene Philosophie, für Freude am Fahren, steht für Leistungsstärke, für Souveränität, für kultivierte Sportlichkeit und für Ästhetik.